So, ich habe mich auch noch aufgenommen. So, während gekocht wird, wollte ich hier weitermachen mit meinem Roof Synthesizer der XW-G1 Hybrid Processing Sensor von Casio und ich habe nicht nur signable Knobs, aber ich habe auch einen Oszillationblock, einen Variation Generator, Total Filter, L4 und der Step Sequencer und ich les die Anleitung auf Deutsch vor und ich habe kennengelernt im Teil Allgemeineinleitung, Anleitung, den Teil links, das ist dieser Teil und jetzt bin ich angekommen bei der Mitte und zur Mitte habe ich mir hier einen Verstärker, der ist am Freitag angekommen, den habe ich gestern hier in die Wohnung gebracht, besorgt und ich kann wahrscheinlich schon, also ich kann schon Kraft damit machen, ich habe ein Preset, ein Sound-Preset eingestellt, welches das ist, also was hier so, man kann auch Knöpfe für drankommen, ich habe das nicht verstanden, wichtig ist, dass hier Perform und Rotary Orgel steht, ich habe auch schon etwas gespielt und es hat gar nicht so schlecht geklungen, ich kann das mal gerade vormachen, währenddessen stelle ich vielleicht die Uhr auf 20 Minuten, so, ich kann mal sehen, wie viel Zeitung es ist, so, das war hier aus dem Buch, ich habe keine Ahnung, was da passiert, ich weiß, dass aus und auf den Schein funktionieren, und ich muss leider, das funktioniert, und dazu bezahlt hier, und dazu bezahlt hier, auch so, genau, ich habe eine Art von C, C, und dann ja, C, E, D, und dann ja, F Hört sich schon ziemlich dooster an. Können wir noch ein bisschen lauter machen. Das funktioniert auch gut. Das klingt auch einigermaßen. Ich hoffe, dass das noch nicht, also da geht noch viel mehr ab. Ich muss ja auch hoffen, dass das im Intro... ...will ich gerade gar nicht so laut haben. So. Und ich lese jetzt einfach mal weiter in der Anleitung vor. Aus, sehr schön. So, wir sind angekommen in der Mitte. Und in der Mitte gibt es die Taste Power, die zum Ein- und Ausschalten des Stroms. Die Taste der Knopf-Volume regelt den Lautstärkeregler. Lautstärke-Pegel ist ein kleines Vorteil. So, Power. Und Lautstärke. Funktioniert. Das ist hier. So. So, die oberen drei Tasten wählen den Synthesizer-Modus. Der heißt Performed Tone and Step Sequencer. Die unteren drei Tasten dienen zu bearbeiten und speichern von Klang und anderen Daten. Das ist Edit-Setting and Write. Dingo or Player. So. Das ist unter sieben. So wie für systemübergreifende allgemeine Einstellungen, was auch immer das Problem gemeint ist. Acht. Das ist hier. Das ist dieser Teil Tempo. Diese Tasten dienen zum Einstellen des Tempos für die Step Sequencer-Fragen und sonstige Wiedergabe. 9. 9, 9, 9, 9 ist hier Part. Diese Tasten dienen zum Wählen eines Parts für die Bearbeitung mit dem Step Sequencer oder Mixer. 10. 10. 10 ist hier dieser rote Teil. Step, Start, Stop, Chain, Delete, Insert, Select. Diese Tasten dienen zum Wählen eines Schritts für Wiedergabe oder Bearbeitung mit dem Step Sequencer. 11. 11. Hier ist der Step Sequencer mit den Patterns. 12. Diese Tasten dienen zum Wählen eines Step Sequencer Patterns. Das ist G11 und G52. 12. Sample, Record, Select, Play, Stop. 12. Diese Tasten dienen für Sample, Lupeaufnahmen und Wiedergabe auf G64. 13. Das ist hier dieser Teil. 21. 14. 15. Amste Wolfgang umBicc. 15. міngige Gas. 22. 23. 23. 24. 24. 24.세요.. Poll, Hi're here. Diese Tasten, die zum Ein- und Ausschalten der Arpeggio- und Haltefunktion zum Ändern von Mixer oder Effekteinstellung kann ich auch gerade nichts mehr anfangen. 14. Also das ist das hier und 14 ist was ähnliches. Diese Tasten dienen für Phrasensequencer-Aufnahme und Wiedergabe. 15. Hier ist das Rad. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 21. 20. 21. 21. 22. 21. 22. 23. 24. und voll drüber und nachhaltig 5,8 muss ich dann haben. So. Das war's auch schon in dem Teil. Mit 15 in jedem Rat hat das aufgehört. Rechts. 16. Das ist der Teil hier. Diese Tasten dienen zum Wählen einer Klangnummer, Performance-Nummer und so weiter. Rechts. Die rechts liegenden 6 Tasten dienen zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm. Hier. Genau das. Da gibt's rauf, runter, rechts, links. Exit und Enter. Sehe ich auch ein. Men you know yes. Hört auch dazu. Und diese Tasten dienen zum Ändern der Tonhöhe eines Klangs durch Antippen. und dann gibt's unten Minz. Einmal Bänder die zum Ziehen von Tönen und Modulation hier zum Auflegen von Vibrato. Modulation ist wahrscheinlich auch die Steuerung der Hüllkurve mit gemeint. Und nicht nur das Vibrato. So. So. Ich hab' noch ein Synthesizer Buch und ich hab' wie gesagt das Handbook of Electrical Engineering Volume Edition 2. Nicht Volume Edition, zweite Auflage. Da wollte ich auch mal reingucken, damit ich auch weiß, was was ist. Und ich hab' ja auch mal die englischsprachige Anleitung. So. Rückwärts. Siehe nächste Seite. Und dann geht's hier los. Anschlüsse. Und es geht los mit hinten links. Hinten links ist vorbei mir. Hinten rechts, weil ich drauf gucke. Und es ist hier jeweils... Ah, es müsste so ungefähr stillen. Geht das? Ja, wirklich. So ist gut. Ähm, so. Es geht los mit hinten rechts. Ich hab' noch 10 Minuten Zeit. Ne, hinten links. Ich will aber gar nichts haben. Ich will jetzt eine Pause, weil ich merke, dass ich die brauche. So. Ich hab' den ganzen Morgen gespielt und mit Koffer angefangen. Gut. So. Ähm. Ähm. Ja. Gut. Mal aufschauen. Bin mal gespannt, wie das klingt. So. Hier, das kann ich auch ausmachen. Oder ich. Hier, das kann ich auch ausmachen. Wenn ich wüsste. Scheiße. So. Sehr schön. Ich hab' fast eine Viertelstimme aufgezeichnet. Gut. Ich hab' fast eine Viertelstimme aufgemacht. Dienstag.